aha interessant hey kumpel ich weiß du tust nur so als ob ein gegner jemals nicht nur so tun würde als wäre er tot hallo kommst du ja ich sehe da ist eine falle irgendwo ist eine falle what the fuck bist du nicht ich will das nicht kaputt machen bitte keine mimi danke eine falle da hinten ist auch egal was bist du keine ahnung einfach drauf hat ihm bestimmt gefallen hier vor allem kippiert ja ich dachte mir schon das teil hat fernkampf also kakt so weitermacht das könnte ein wenig brauchen ich habe eine idee ich würde sagen zauberei gegen zauberei ist nicht so schlau so viele items ich benutze die alle gar nicht habe ich hier habe ich das da habe ich das ist doch bestimmt nicht doof komm her aha das wirkt nervig leck mich aber das macht überhaupt nichts zahlt vielleicht auf den da gehen auch nicht allzu viel vor allem wenn er schildert hallo vielleicht kann ich ihn zu mir locken ich würde halt schon gerne runter gehen irgendwie weiß ich nicht wirklich ja ja ich mache das jetzt so ist mir egal ist mir egal ganz ehrlich wir sind auch schlau die wollen weg die der ist auch weggekommen der dreiksack aber hat angst kommst du ich habe noch ein bisschen was keine sorge wenn ich auch fucking wurfmesser benutzen muss sollten besser funktionieren ich habe noch nicht das kenne ich gut hallo 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 ha 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 ok easy Halt's Maul. Holy shit. Das Vieh ist ganz schön krass verreckt. Ich könnte da runter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon will. Oder ob ich erst hier hinschaue. Oh. Oh. Hallo. Oh, das ist etwas doof. Scheiße. Äh, kann sein. Ist das okay? Oh. Ich verstehe. Hallo. Ha, Opfer! Gedisst! Mit meinem Schwert! Oh Gott. Oh Gott. Ja, kommst du? Oh, fuck! Da wurde ich weggenudelt. Ah! Hallo. Ich will nicht. Oh Gott. Warum? Wieso? Hallo! Dich würde ich gerne killen. Wenn es okay ist. Oh no. Kommt ihr hier lang? Komm her. Ha! Easy! Okay. Ein Einzelner? Kein Problem. Oh! Sag ich doch. Ha! Baby! Jetzt auf die Fresse. Oh. Oh. Hopp. Und jetzt von Mimics gefressen werden. Yay! Ich könnte ja auch einfach einmal draufhauen, überall. Ich brauche aber echt mal ein Feufeu. Denn meine... Meine Waffe geht langsam kaputt. Hallo. Was kriege ich hier? Katharina-Helm? What? Was? Onionman? Wirklich? Holy moly! Krass. Huh. Warum? Verstehe ich nicht. Halb. Seelengefäß. Äh. Ja, der Dester hier. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht eine Mimic ist. Nein. Gut, gut. Krasser Raum. Titanichole, yo. Ich brauche aber einen anderen Shit. Mann, voll fies. Aber einen ganz anderen Shit. Ich würde nämlich gerne die seine Waffe noch weiter verbessern. Die ich auf plus acht, glaube ich, habe. Wirklich? Wo kommst du her? Ach nein, du bist ja schon die ganze Zeit hier. Ja, gut. Da darfst du nur gegen mich kämpfen. Ist das nicht toll? Oh. Leck mich. Das war verdammt knapp. Holy shit. Ich wollte ihn nur backstabben. Ach. Wäre schön, wenn... ...diese oder die Waffe shit... ...mal kurz schneller weggeht. Ich will nämlich als nächstes noch gerne den Heini da ver... ...verkillern. Hallo. 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 Opfer. Opfer. Meine ganzen Wurfmesser weg. Damit brauche ich nicht. Wenn es sein muss, kaufe ich mir neue. Ich will fucking Leuchtfeuer. Oh nein, bitte schießen. Easy. Alles geplant. Oh. Dann geht's jetzt weiter mit dem restlichen... ...Wurfshit. Oh. Hallo. Außer du triffst mich. Ich. Ich treffe dich schon mal nicht. Schauen wir mal. Hm. Okay. Okay. Opfer. Goddammit. Ich denke, ich weiß, was ich hier machen muss. Oh. Kommt der da auch runter? Da kommt der jetzt bestimmt angeschissen. Oh, ich höre schon wieder die Stimme. Ich will die halt doch gerne besiegen. Hm. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Ha. Easy. 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 Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. Ich kann Wünsche erfüllen. Oh. Goddammit. Warum kann ich da nicht durch? Oh ja. Mit so einem Hechtsprung. Ja gut. Ich kann... Ja doch. So könnte ich da nicht auch. Aber nein. Spiel will es mir ja nicht erlauben. Kein Spaß erlaubt in Dark Souls? Nein. Leck mich. So. Weiter geht's. Äh. Kurze. Nope. Kurzer Test. So. Anscheinend... Gibt's hier aber auch noch eine Möglichkeit zu sterben. Und sicherlich auch die ein oder andere Falle. Oh. Vorsicht vor Loch. Ja, ja. Oh. 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 Reparaturpulver. Nicht schlecht. Und... Naja. Hm. Gefahrenzone voraus. Ich sehe. Hm. Gut. Sonst noch was? Ich meine, ich sehe dahinten, was das schießen kann. Und ich denke mal, ich muss auch schießen. Das finde ich... Ich finde das ganz schön arschig von dem Spiel. Es gibt einen Bogen. Cool. Aber ich kann den Bogen nicht benutzen. Ich kann keinen Bogen benutzen. Doch. Ich kann dich benutzen. Habe ich? Habe ich Munition? Ich habe Pfeile und... Äh. Kann ich normale Pfeile so nutzen? Mit der... Mit dem Spaß hier? Na? Ich glaube nicht. Ich brauche Bolzen. Ach, hier unten. I.C. Das war daneben. Wie ziehe ich mir dem Ding gar nicht? Das ist schon mal sehr gut. So lange ich treffe. Gebt mir ein Feuer. Verkackt nochmal. Er ist ein Gegner. Er ist ein verdammt nochmal Gegner. Es ist kein Leuchtfeuer. Aber ja. Oh. Komm her. Willst du Stress oder was? Los. Ich mag den Gegner überhaupt nicht. Er ist ganz schön nervig. Ich meine ganz einfach, warum? Ich habe keinen Bock, vergiftet zu werden. Ist halt etwas doof hier, hm? Ist auch nicht viel Platz. Hallo? Bitte nicht vergiften. Töt ihn! Oh. 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 Easy. Halb. 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 Ich weiß ja nicht, aber sieht normalerweise nicht ganz so schön aus hier. Ich habe so das Gefühl, dass ich auf die Fresse bekomme. Wenn ich hier runtergehe. Was ich gar nicht cool finde. Komisch, ja? Aber anscheinend ist es okay. Hallo? Oh, wieso ist das jetzt passiert? Warum ist jetzt auf einmal... Oh. Oh. Ich sehe es. Wip. Interessant. Das sieht jetzt aber wirklich so stark nach fucking wimmig aus. Sucht Geschoss. Wohin denn? Soll ich darauf schießen? Fuck. Oder ob ich hinschauen? Keine Ahnung. Ich treffe nicht. Ich lasse mich einfach essen. Ich weiß nicht. Ich habe nur noch keine Ahnung. Kann sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es solche Mimics gar nicht. Ist ja möglich. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich da diese Tür da unten aufmache. Vielleicht gibt es hier noch... Ich sehe nichts. Fuck. Wirklich? Komm schon. Wenn es nicht perfekt getroffen hat. Fucking damage. Ich kriege das schon hin. Fuck. Das war ein Estos. Und überhaupt nicht gewollt. Oben. Ja. Sag bloß. Geheimfahrt. Kann ich hier? Kann ich hier? Warum... ...hab ich keine Bogen? Okay. Okay. Wo habe ich hingeschossen? Fuck. Wirklich? Gott fucking damage. Ich treffe es doch nicht. Ich... Ich habe doch... Ich bin nicht sicher, ob das geht. Wirklich? Ich kann... Ich weiß nicht, wie der Waffe zählen kann. Kann man mit der Waffe zählen? Ich glaube nicht. Ein bisschen höher. Ich habe eindeutig getroffen. Ich glaube, es geht nicht. Ja, ich habe getroffen. Vielleicht... Vielleicht habe ich es ja einfach geschafft. Und nicht gesehen. Das kann auch sein. Aber wenn ich jetzt zurückgehe... Vielleicht ist die Tür offen. Das war möglicherweise... Etwas doof. Easy. Holy moly. Ich habe es noch nicht gesehen. Sexy. Versucht Geschoss. Ähm... Bissere Mimik. Hallo. Mysteriöses Steinschwert. Ja, ich habe irgendwas bekommen. Zum Beispiel. Easy. Ich frage... Ob es überhaupt wert war? Hier. Fucking Beweglichkeit S. Fuck. Nein, das war es nicht wert. Es war jetzt hier ziemlich... Ha. Interessant. Komm, ich habe zurück. Ohne... Oh, nein. Hallo. Ich mag das Geräusch überhaupt nicht. Leucht voll. Voll. Leucht voll. Leucht voll. Mein Mann. In welche Richtung voraus? Wenn ich hier lang gehe, dann ist er hier voraus. Vielleicht wenn ich hier runter gehen. Kann es sein? Hallo. Ich will hier nicht sein. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Dritte. Ah, ja, geile Sache. Das ist etwas stark weh, ne? Ha. Ich weiß er nicht. Fuck. Oh Gott, fucking. Tschüss. Bye bye. Ich verlange mein verkacktes Leuchtfeuer. Wo? Flinzriegen. Okay. Was ist Flinzriegen? Flinzriegen. 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 Warum kann man hier nicht irgendwie sortieren? Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Okay. Das heißt, wenn ich kaum Belastung habe, Belastung habe, bin ich voll krass drauf. Will ich hier runter? Will ich da unten? Ah ja, nicht. Ich hätte gerne fucking Feuer. Verkackt nochmal. Ach nee, jetzt bin ich hier wieder. Ja, Scherz. Goddamit. Ich weiß nicht mal, ob ich meinen Scheiß verbessern kann. Äh, reparieren kann. Weil es ja anscheinend ganz kaputt ist, oder? Jo. Was etwas stark nervig ist. Und da oben ist so ein Arsch, Heini. Und ein Geis, Heini, verfolgt mich auch gleich. Nee, doch. Und ich kann halt ihn leider nicht angreifen. Oh Gott. Au. 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 Nope. Äh, tschüss. Oh Gott. Oh fucking. Hallo. Wo ist das Feuer, das mir versprochen wurde? Random Comet hat mir alles versprochen. Also muss es doch wahr sein. Versucht rechts, okay. Oh. 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 Pflanzen. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen, was diese Pflanzenwasser macht. Weil die kriegen mich relativ oft. Oh.